Also wir sind mit einer neuen Front weder mal Simpantrie naja und ich bin jetzt schon hinter mich so viel hat man keinen Bock mehr drauf das war ein Strafstück ich hab ein Killer gemacht wow ich find das immer super sobald du angeschlossen wirst verlässt erstmal deine Seele deinen Körper du fliegst erstmal raus und dann wirst du weggeballert in der Sekunde weil du nicht mehr schießen kannst wir haben Salto gemacht das ist ein typischer Impfaltriekrieg das ist ein typischer Infantriekrieg nur Infantrie keine anderen Sachen andere Sachen waren zu teuer sag's nur Infantrie und natürlich natürlich kommen dann die Wieser mit ihren Pum-Motorwäder von uns und Kiel ja die haben leichte Panzerfahrzeuge das ist sozusagen auch bei uns existent die sind ja auch Scharfschützen ja Scharfschützen gibt's sowieso bei denen überall bei denen ist jeder zweite Scharfschütze hab deren Moped geklaut alter da spring erstmal durchs Fenster drei Russen rein schießt alle an dir kommen immer mehr rein ich schieß alle nur an nichts töten nur anschießen ja Siggi wie kann denn bitte so ein Buster da sehen Alter diese dumme Scharfschützen ähm ähm äh ok da 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 hat niemand gehört hm 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 Ich hab' einen MG-Bunker Ich spiel' jetzt im MG-Bunker So, woher kommen sie? Ja, sie sind schon wieder von dem Gleichen! Alter, ich steh' hinter dir! Ich geh' von dem gleichen Typen einen über dir rüber Ist doch wohl ein Scherz, Alter! Wieso denn noch ein Scherzscherz? Er gibt mir jedes Mal einen! Ah! ABC! Na? Na! Na, Alter! ABC! ABC hat... Moment mal, hattest du nicht vorhin einen Typen da hast? ABC genutzt? Ja! Ja! Ist das nicht der Typ? Alter! ABC, wir haben doch ein Pflaster, hat er bei sich! Anscheinend! G- A- G- GANATETEKUNG! Da kommen einfach drei Russen rein, Alter. Die kommen da in den Affenreifen. In Scharen. Die fahren hier mit Moped herum, Alter. Ray hat mittlerweile, Alter, viel gedrückt. Er ist nicht mehr unter uns. Alter, ich werd immer wieder angesnipet. Ich komm nicht zwei Meter weit, ohne angesnipet zu werden. Das sind die Scharfschützen von heute, Alter. Ach, fuck! Wir müssen die Kirche halten. Um alles in der Welt. Wir können nur gewinnen, wenn wir halten. Und wieder wurde nach mir gesnipet. Alter. Die ganze Zeit snipen sie nach mir. Ja. 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 Hahn. Ja. Ich bin nur nochoured, Herr Hatese, wie sie drehen. Wow. Wo bist du, Trandor? Kämpfen! Am kämpfen, wir haben schon wieder ein Halbkettenfahrzeug bei uns hingepackt Hinterm Spawn, zumindest Wir spielen auf Zeit und eben muss da ein oder andersrum? Kingslave 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 Was machst du? Wir müssen da rein, wir müssen in die Kirche und halten Er steht da als Scharf, mitten in einem Gescharfschützen Da ist jemand drin! Wo? Tom! Da war jemand Wo ist hier jemand? Da war jemand Ja, der ist tot! Da liegt nur noch eine Pistole Los, da rein! Genau da rein! Los, los, los! Ich bin immer noch da! So, um das Spiel aufzugehen, langsam Ah! Ich hab einen geschaufelt, aber der andere hat mich mitgenommen! Ich muss dir vorstellen, ich schaufel da erstmal ein paar Menschen mit der Schaufel ins Gesicht Ich hab einen geschaufelt! Pray, willst du nicht wiederkommen! Na doch, du bist doch! Perfekt! Ich hab einen geschaufelt! Ich hab einen geschaufelt und einen hab ich am Schaufeln! Ich hab einen geschaufelt! Alles klar, wenn jemand so schnell schießt mit einer Kingslater ist oben, unser Master! Die sind oben! Warum sind wir in der Kirche? Ich bin ungläubisch! Prozent man geht und die Möden Prozent Prozent in Prozent wie lange noch mit dem Wunder auch vorhanden also Achtung hinaus im Haus im Haus okay das war zu spät als nicht mehr genommen Alta Hätt' ich jetzt einen Faschli-Vault-Zweiter-Kräte! Dieses ganze Gebiet hat zugegeben! Der Bastard ist tot, Alter! Den hab' ich schon 2-3-MG geholt! Ist dieser Scheiß-Kräter tot? Mhm. Also, der in der Kirche ist gestorben, aber da sitzt sicherlich noch einer drin. Mit dem Haus. Bei der Kirche. Alter, sag mal Aggression haltet! Ich will doch nicht fliegen können! Au! Wie kommst du mit deinen MG angerannt, Alter? Wen hast du das eigentlich gestohlen? Ja, ich hab... Der Typ, der bei mir einfach mal gestorben ist. Den hab' ich doch weggenommen. Ich gehör' ja auch zu uns, der Typ! Sehr gut, dass du hier bist. Wir müssen ja alle verteidigen. Okay, Leute! Wir können abrutschen! A4! Neuer Verteidigungspunkt! Los! 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 Ich weiß nicht, was ich willst... Los! Ich vom rauchsch ganzen... Mach gar nicht! Ich... Wahnsinn! Und das war der Fragschmerz noch mal noch. Ja, ich wurde wieder erschossen vom Bastard. Bastard vom Kreis. Nein, das ist ein Scherz. Da ist jemand hinten drin. Komm, du bist jemand zu flüchten. Ah, da war er! Ein Gegner. Warum seid ihr so schlecht? Hier ist einfach ein Flack. Hey, geht einfach an der Flack. Ich weiß so nicht, was er in Form ist, aber er hat die Flack genug. Ja, Alter! Ich werde schon wieder... Ey, da sitzt jemand oben in diesen Brecks Kirchentower, Alter. Okay, dann holen wir den. Welchen Tor, Alter? Das ist ganz oben drinnen sitzt der. Ganz oben und vorne in diesem ganz großen Turm sitzt der drinnen. Mit seinem blöden Gewehr. Ich nicht, die Flack... Feind gesichtet steht da oben. Ah, ich sehe schon. Das schießt der da rein. Alter! Du vollstücker Sieg-Eingriff, Alter. Ja. Ich muss nur noch sagen, wie ich da reinkomme. Ich kann nur, dass man noch sieht. Auch immer wieder nach. Gib mir nach. Bestanden! Alter! Boah, Alter! Bumsala, das war knapp. Oh! Achtung! Immer bei mir bleiben! Ich hab schon einen mitgenommen! Hab einen! Boah, Digga! Verpiss dich doch, du Hurensohn! Boah, Alter! Hier sind wir! Wer jetzt scharf, Schütze, Alter! Schau mal runter! Jetzt Scharfschütze sein! Wie ist das da oben? Ich hab einen Scharfschütze gesehen. Hast du das? Ich hab einen Scharfschütze gesehen. Einfach mal wieder. Drop mal! Drop mal! Du musst die Waffe wechseln. Perfekt! Warte, warte, warte. Hier im kleinen Haus ist wieder einer. Der hat einen Scharfschütze gesehen. Wie schießt die Scheiße? Das ist eine STV. Alter, das Ding hat Automatik! Das Ding hat Automatik-Stelle so. Jörg, das Ding! Bum, 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 bum! Ja, geil, Digga! Hey! Wer damit schrien tut, ist echt verrückt! Das muss ich sagen! Alter! Die Waffe! Wer gar nicht geeignet für einen Scharfschützen! Dann droppt sie! Wenn der gleich zwei Schüsse macht! Dann droppt sie da! Ach du Vogel! Warte! Hab einen! Gut gemacht! Getroffen oder getötet? Getroffen! Töten will der nicht! Der will nicht sterben! Nein! Da ist jemand! In dem anderen Turm drin! Dreh dich um! Wo meine Leiche ist! Da hüpfen die alle aufs Dach! Warte, warte, warte! Ich schnapp die! Ich schnapp die! Muss kurz dachladen! Alle aufs Dach! Alter! Auf welchem Dach! Ja! Alter! Die sitzen auf dem Drehs Dach! Alter! Die sitzen auf dem Drehs Dach! Ja! Die sitzen auf dem Dach! Dach auf Dach! Die sitzen alle in dem Gebäude drin! Ah! Kommen sie mit dem Gäß! Schauf! Schaufschützen wäre es nicht geil im Nahkampf! Achtung! Halten! Los! Zurück, erobern Jungs! Go, go, go! Kirche gesichert! Nicht sicher! Naja! Wir haben sie gesichert, meine ich! Wir haben den Punkt eingenommen! AHHHHH! Das war die Kaufe! Zieh mal her! So! Geht nicht! Deckung! Gerne! Warum? Achtung! Granaten! Leute! Die schmeißen mit Granaten! Geht in Deckung! Voll bekloppt, Alter! Die sterren gleich weiter! Weißt du das? Da oben! Boah! Den treffe ich nicht mal! Der kommt! Der kommt! Der sitzt in der Kiste, der sagt! Gut gemacht! Du sind getötetet! Hinter der knappen Kiste gekildert! Ich hab ihn weggeballert vor den Nacken! aber er hat es überlegt! Jedenfalls hab ich kein Bock mehr! Ich muss nicht mehr melden, ich hab' den Bauch noch auf die Scheiße, halt! Alter, die haben uns halt spawnen! OOOH! Alter, dies ist ein Arschlöcher, Alter, die bekämpfen mich an die ganze Kirche mittlerweile! Okay, Leute, wir haben es fast geschafft! Verteidigen bis zum letzten Mal! Los, haltet demnächst den Punkt! Wir müssen auf die Defensive übergehen! Verteidigung von der Polikerwache! Ja, mach ich! Da ist jetzt schon wieder einer drin! Kingslay! Ja! Ist schon wieder jemand in dieser blöden... Ja, ja, von hinten! Ich hab' mir immer so ne russisches MG geschnert! Schnabbeldoodleid! Das sind zwei hier drin! Jetzt komm doch hier rein! Ich komm' nicht rein! Ich geh' hier, zwischen mir ist ein Feind! Hey, der sitzt oben! Der sitzt oben in dem Gebäude drin! In welchem? In dem Gebäude, wo... Da, wo du gerade zwischendurch läufst! In den Rechten von deiner Seite aus! Okay, ich versteh... Ah, okay! Achtung! Äh, du hast... Selbst hast du gesehen! Ne, das war ein anderer! Da war! Vor einer dran dran! Gut! Wann haben wir... Wir können gleich die Kirche zurückpushen! Wann haben wir die Scheiße nicht gewonnen! Wann gleich? Sind nur noch ein paar Prozent! Haben wir jetzt gewonnen? Noch nicht! Los Männer! Chargen! Ich möcht' mich du unbedingt! Aber in die Kirche! Wir müssen nur kurz be... Ich spring' jetzt die Kirche wegfaktiert! Wir haben's! Easy Win! Easy Win! Ja, da war vorhin noch so... Rage! 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 Jetzt! Easy Win! Da! Alter, ne! Ja, ne! Und jetzt... Und jetzt machen wir den Schlacht! So, und jetzt machen wir den richtigen Schlacht! Einfach dafür erst mal! Äh! Sich das immer vergrößert! Mit der Scheiße hier! So! Wir haben's geschafft! Wann machen wir jetzt? Richtiges Schlacht! Geil! Dann brauchen wir eine richtige Schlacht! Du müsst' ja aber auf Friday gehen! Die Friday gehen ist es geschafft! Ja, das!